herzlich willkommen zu einem vorken dann blick auf dem europa server und zum ersten aufnehmen schon auf der spieler mal wissen schon blick spielen ich mir richtig schlechten da wollen aber ich versuchte zimmer dann ist es okay ich weiß gar nicht wie es richtig funktioniert da ist wieder gefallen so zack 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 und rüber da ist wirklich da 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 zack darüber kommen so 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 zack da sind checkpoint schick von der nice nein was ist denn das ich fall im ernst runter beim nächsten checkpoint und das leute das war der peinlichste move ever der peinlichste ich war einfach mitten also ich bin schon der gemachte ich bin echt schon gemacht für sowas ich weiß nicht hast du da und mann und so haben wir uns auf jeden fall nein ich habe doch ich bin noch gesprungen das ist auch mal nachkommen das ist leicht aber es ist echt meine verhältnisse ich bin echt dafür nicht bekannt also ich kann er kann es nicht gar nicht mehr richtig 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 schlechten sowas ja und erkennt er mich gleichzeitig auch noch ich war immer in der stelle runter und die sind auch noch soweit noch nicht weiter ich habe noch beschaffen würde wenn ich guten pvp sind es sei denn die minuten geht das insgesamt hier oder was schon und da ist es war hoffentlich hat man sich krank wenn das berg ich mich ganz entschuldigen schreckt man sagt was nicht so egal aber das ist nicht natürlich habe ich es nicht ist natürlich ja logisch dass ich nicht schaffe stopper zu viert was ich bin da steht eigentlich schwierig kann leicht schwierigkeit sehr leicht so viel toll nicht was jetzt nur die nice nice hat übelst geleckt wie mir im untergefallen wenn man diese ausgehende schlimm jetzt auch kommt zack und sitz gehen zack zack nein und ich bin noch unter schlecht weit ich werfe ihm bald gewesen wäre schon richtig richtig weit gewesen hey ich habe mich aber nein ich bin natürlich nicht sehr logisch natürlich genau runter und ist die auch schon weit perfekt zack 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 wenn es so stark neu haben ich mich angekündigt am schick gerade auf jeden fall ich bin so auch kälte würde das echt schlimm geht immer einmal ohne jacke raus dann ist man auf jeden fall ich schon in schwierigkeiten wie viel krank wir haben auch wir haben auch jetzt frei weiter hat mir frei und links an frei und mutter frei praktisch misst und ich glaube ich komme nicht mehr weiter ich dass ich komme ich nie weiter wenn man nur essen gerichten so aber ist cool wenn man frei hat ich liebe feiertage nein ach komm fünf minuten noch haben wohl aus fünf minuten nicht wenn ich fünf minuten und verlieren sehen wenn ich ganz ohne fall und dann bestimmt mein dach und essen geht es schon direkt verkacke können wir vorstellen weil entweder entweder wir haben alle gleich sagen und ich bin noch richtig schlecht vor petern oder ja dann bricht die op sachen wir sind auch nicht soweit weil sind die weiter als ich habe ich mal nicht ich komme steht über 1 vor ich komme das ist der checkpoint ich bin ein sind die über die ball noch wenn es wenn es wenn es so ist wenn ich so sehen wir gleich wenn ich schon von zwei bin ich habe ich glaube ich noch ich springe ich springe in den netze rein ok geschafft nice so vielleicht wird es öfter machen zu spielen weil er echt laune macht und gibt es eigentlich auch schon öfter also nicht ich komme nicht so oft auf anderen zur wand und andere was meist drauf gibt es weiß ich welches kommt ich kann mir was nicht wirklich vertun man ist von mir ist weiß aber nicht wenn ich um auch leid mich gerade falsche sage scheiße um auf jeden fall da ist immer er lange im bereich was ach komm der ist brechend voll und das hat schon wieder geleckt ach komm ich mag immer zurück und jetzt hey heute nice da haben wir schon mal schickt und zwar nicht verkaufen die ganze zeit am anfang das hat schon wieder geleckt hat man gesehen wird zurückgepackt ich krieg noch nie einen sprung ist mehr ich bin dann im ersten sprung geht auch später nicht mehr oder was denn ich habe es geschafft mit schick bei 20 zwischen ich weiß ich bin noch eine kiste und dann ich habe uns zwei und eine kiste ich gehe noch nicht mal ich krieg noch niemals zuerst so er ist ein bisschen gericht ist war leicht aber trotzdem ist kiste 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 kreis nicht mit meinem schatten man jetzt kommt jetzt mal als konzentrieren frisch zumindest das moment sagt sagt ja so 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 nein vielleicht wird die perfekt jetzt habe ich auch geschafft ich habe es geschafft zum zweiten nicht zu kommen jetzt noch eine kiste mein lebensgerettet dass ich vielleicht nicht mehr in kriegern werde weil er ist das versprungsleicht und ich sagte es auch relativ leicht der ist auch leicht in der sprung der ist auch schwierig er geht nicht den so vielleicht der ist auch später ist auch schwieriger sprung weil ja und er ist auch natürlich das ist schon beschenkt bei zwei gekriegt alles schon wieder geläftet nein nicht weiß aber je nachdem auch mit dem test also im kampf kommt kommt schon mal ich bin die wachrüsten ja nicht so gut gekriegt ich krieg den sprung wir nicht hin der sprung rieche da ich glaube ich muss weiter ausholen und das könnte klappen es könnte klappen ich hab's geschafft aber die sind echt schwer die sprünge die sprünge wenn ich schwer komme ich soll noch leicht immer und sie immer schwieriger zeit und das ist echt das doch wir haben auch alle da und wir haben so weitest du noch also wenn man so weit wie andere zack 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 ne ich muss es immer gemacht ja schon war's und bei einem super wird noch wenn ich dann die doppelte Zeit ab das ist ja kompettier ja das kommt mit dir wer die das denn gekriegt ist kompettier ist als ob der kompettier ist oder so oder oder er kann das aber wenn die rüstung blaues gefärbt ist wie auch das geht los 5 3 2 1 bis zur konto und er war okay es geht los ich bin so gleiche abstaubende noch zwei nehmen achten die mehrmals wir sind die 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 der die die ich nicht mal neben ich habe ich das spiel gewonnen und ich habe es gewinne ich habe eine kurzklagige runde gewesen weiß im schluss nicht mehr so spart ich weiß überhaupt spannend war weil ja weil es halt nicht so lang ging und auch die wesentlich auf den verlassen präsidenten wenn sich gefallen hat also und ist übrigens auch die lobby hiervon und ob ich jetzt ja wach und im jahr richtig bespielen und ich kann das zeigen hier gibt es am skype vp kreative city skyblock skywars 1s1 md gun jump lead gespielt kvp was spendt was und halt entzieht so nicht recht und ihr müsst auf jeden fall ich die coole sache kommen sich umziehen geil und die kann man auch mit bogen ist nicht von gemein ist es cool war anfang anfang geht nicht einfach richtig auf jeden fall man so abgelegt davon den fall auch 300 vier auf die schulhe drei leute und so dass wir uns heute in die liebe Schreibung, ciao!